Der Website stand, dass das Hotel zumindest WLAN haben wird. Sie ist nur sauer, weil wir nicht in Disney World waren. Aber es wird schön. Und ich lass mich drauf ein. Ich kenn den Kerl irgendwoher. Nicht hier. Wir sind im Urlaub. Ach, du kennst mich doch. Wie geht's? Warten Sie auf jemanden? Du wirkst etwas betrunken. Lass mich doch. Was machst du? Weißt du, wer ich bin? John Slater. Das ist Entführung. Wenn du dabei erwischt wirst, können wir dir nicht helfen. Was? Hallo, Sir. Wie geht's dir? Fuck. Juliette, wo haben Sie sie hingebracht? Ein Geschäftstreffen. Ich traf sie zum ersten Mal. Wow, wow, wow. Was soll das? Was machst du da? Das ist unser Todesurteil. Soweit vertraue ich dir. Ich frag noch einmal, dann töte ich dich. Wo ist das Mädchen? Ich kann mich nicht erinnern. Sie wollen die Organe, okay? Sie nehmen sie von den Kindern für Transplantation. Eins der Mädchen ist entkommen. Es ist für die nächsten zwölf Stunden reserviert. Wo ist meine Tochter? Sie könntet mich erschießen. Definitiv erschießen. Wir sind nicht hier wegen des Geldes, sondern wegen Michael und Andrei. Wo sind sie? Wenn sie bei Ihnen ist, dann ist sie tot. Sie müssen sie aufhalten. Heute Nacht werden noch einige sterben. Zum Glück habe ich einen Plan. Aber leider wird er dir nicht so gefallen. Oh, scheiße. Das ist dein Plan? Magst du ihn nicht? Gib mir die Schlüssel. Vielleicht müssen wir schnell hier weg. Dort, wo wir hingehen, brauche ich meine Waffe. Ich weiß, dass deine Waffe nicht geladen ist. Glaubst du, ich weiß nicht, wie man nachlädt, Arschloch? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020